Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schatten des Krieges. Ach, das kommt immer wieder vor, es ist so dämlich. Warum ist da einer von meinen Leuten? Ach nee, warte, ist das meiner? Äh, das ist mein. Sorry. Auf dem Eifer des Gefechts und so. Oh. Äh, sind die jetzt doch zu uns? Ich checke es gerade irgendwie nicht. Hey, ich brauche noch einen Leibwechner. Hallo? Hallo? Unterwärts dich, mir. Ich bin der Leibwechner. Ich weiß, dass manche gerne eine Waffe in jeder Hand holt. Ich möchte nicht entscheiden. Ich ertrappe mich dabei, wie ich überlege, mit welcher ich zuerst zuschauen soll. Na ja, wusch dir jetzt nicht mehr. Mach dir gar nicht mehr. Ich schaffst... Oh, gut. Oh werde ich. Oh. Oh Gott? Oh Gott. Also Chief, wenn ich ne mit Sheik h grade fühle, öpere mich zuerst. Oh. 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 Was soll ich spüren? Ich spüle nix hiiiih Ich habe dich nicht gerade reflektiert? Also... Zumal bleib ich das nicht Ich werde dich vernichten Okay, wenn du mir das sagst, dann... Dabei wollte ich doch eigentlich diesen Außenposten einbauen Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel Schattenangriff-Tötungen Hey, wo willst du... Hallo? Wo sind wir? Wie gemein? Ich finde, was auch immer hier rumschleicht! Halt die Augen! Schild! Äh, Schild! 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 Der Kopf ist einfach geplatzt. Alles klar Und so richtig wissen die immer noch nicht, dass ich da bin. Wow. Wenn du den stärksten Uruk, den Mordor, willst, lass meine Schnee-Träger in Ruhe. Ich bin doch hier. Alles klar. Dann ärgern wir dich erstmal ein bisschen. Und zwar... Was? Beuge dich. Es gibt nichts zu befehligen. Nein. So, das war der Außenposten. Dann holen wir uns den ein bisschen reparativ, repeterativ, naja, alles sehr gleichbleibend, aber hey, wir versuchen das alles relativ schnell und dahin durch zu bringen. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Schlags im Dunar. Schleichtötungen. Dann... Da, 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 da. Ah! Ah! Ja! Sollte Menschenfachheit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, hi Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will die Hinrichtungsleiste schön auffüllen Man kann ja nie wissen, wann man sie macht Ich will die Hinrichtungsleiste schön auffüllen Ich hab sie auch schon in die Ebene Schrappensee Ein Karagor wirken Das meint sie auch nicht, oder? Das gehört Du hast Orchs mit Äxten, hab ich recht Kall dich Ich töte dich auch gern anders Ein Dingling Die Buhn gegen Hinrichtung, das wäre aber nicht cool Hm, hier ist nicht immer zu viel in der Nähe Buhn 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 Du willst es mit mir aufnehmen Dann breche ich dir das Genick Buhn 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 Sieh zu mir die Tänder ja so den außen was der posten den außenpasten außenposten haben wir und dann was hier unten hier unten ist nichts hier 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 Ich weiß nicht, was ich denn hier im Talabin. Die Bogenschützen werden nicht lange helfen, Ork. Eigentlich sind das Armbrussschützen. Luft-Pferd-Kampf-Tugel. 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 Hey, wir waren doch gerade noch Freunde. Du gehörst sowieso mir. Oh, du bist mir schutzsicher. Oh, das ist nicht so, aber. Oh, du bist mir schütz. Oh, du bist mir schütz. Oh, du bist mir schütz. Ich bin schütz! Ich bin schütz! Ich bin schütz, sie wird ein Ball aber nicht verletzt. Ich bin schütz. Ich bin schütz! 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 Ach ja, der, äh, das war so dumm, der ist ja beschlusssicher, hab ich vergessen, aber er ist nicht feuerfest, komm wieder zu uns Tja, schade Bezwungen von Menschen, Puck, ich sterbe als Verräter und ich sterbe in Schande Stech ihn wieder an? Hey, war doch noch einer, oder war er das? Hm, du stehst mir irgendwie im Weg, Kollege Schade Moment Ich räse Aach Nicht bewegen Was war das? Oh, der sieht cool aus. Den wollte ich haben. Ah, schöner Bauch. Blutrausch. Ja. Oh, ich hab die Kurs, ich hab die Kurs. Ich hab die Kurs. Was ist das? Was ist das? Nein, das glaube ich nicht. Oh, hier ist noch einer. Ah, ich hasse sie mit Sprungblockaden. Oh, hier ist noch einer. 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 Oh, ich hörte schon viel über dich und deine Tricks. Miese Tricks. Ich wette meine sind mieser. Ich zeig's dir. Das wird das letzte, was du je siehst. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Nochmal, kannst du mal hier herkommen. Verdammt, er ist tot. Nein. Hier, da ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Puh, wie nervig, ey. Huiuiui, okay, hier, das kriegen wir wohl noch nicht, aber wir können das noch holen und zeitlich kriegen wir es auch mal hin. Ich merke übrigens gerade, dass diesen Drachen rufen zu können irgendwie nicht so geil ist. Ich gehe wieder auf den Schattenkaragor. Ich gehe wieder auf den Schattenkaragor. Ich gehe wieder auf den Schattenkaragor. Achso, die singen da unten. Geht aufs Haus. So, wir müssen eigentlich folgen. Egal, nein, wir holen ihn aus dem Posten noch. Der Tag muss sterben. Ich habe genug von ihm. Hör, Trill, uns töten. Hi. Pilates, deswegen kann ich mich so bewirsen. Schub, 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 schub. Schnell da oben hoch, und dann wieder, zack. Schub, 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 schub. Oh, Loks sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. Ja, dann holen wir uns doch mal ein Grauch. Schub, 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 schub. Hey! Hey! Oke! Hey! Hey! Een vaya screen! Hey! 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 Oh, oh, oh. Oh, ich habe auch Versierungen zu tun, oder? Das ist ein Bisschen. So viel Blut in ihrem Inneren. Ich scheide einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Einen, der Blut vergießen ebenso gern mag wie ich. Es war nicht nur der Wind. Es war nicht nur der Wind. Es war nicht nur der Wind. Wie sollte deine Füße festnageln? Das tat sie weh, Talc. War irgendwie nett. Ich muss gerade... naja. Ich diene als der Auserwählte, Auserwählte. Sehr gut. Dann haben wir das auch erledigt. Gut, dann müssen wir mal kurz gucken. 100, 100, das ist das. Gorgoros. Kampfgruben ist egal. Das hier sind ja auch nur so ein bisschen... Aha, aha, aha. Alles klar. Das heißt... Ich werde jetzt mal... nach... Gorgoros gehen. Und zwar... hier hin. Und während dieses Ladebildschirms verabschiede ich mich für heute, für diese Folge und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir da irgendwie eine Quest machen. Also, bis dahin. Ciao. Tschau. Ciao. こ